Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blocktrainer. In meinem heutigen Video geht es um ein ganz besonderes Buch. Und zwar um dieses hier. Das ist der Bitcoin-Standard von Saifedin Amus. Das ist verfügbar als Hörbuch, mittlerweile sogar auf Deutsch eingesprochen und als natürlich deutsche Lektüre vom Verlag Aprico Media. Ganz wichtig, bei diesem Buch handelt es sich, naja, so wie die meisten Bitcoiner sagen, um die Bitcoin-Bibel, wenn man so möchte. Und wir wollen uns heute mal anschauen, ob das wirklich so ist, was vielleicht wirklich gut ist an diesem Buch, wo es vielleicht ein bisschen Kritik gibt und allgemein, wie vor allem meine Meinung zu diesem Buch ist. Und die möchte ich euch heute in diesem Video erklären und kundtun. Dieses Buch umfasst fast 400 Seiten, wenn man Inhalts- und Abbildungsverzeichnisse und so hinzuzählt und ist definitiv auch schon ein ganz guter Schinken. Alles in allem wird dieses Buch immer wieder gerne empfohlen, wenn es darum geht, jemandem, der neu in diesen Bitcoin-Space kommt, Bitcoin zu erklären. Und damit möchte ich heute anfangen, also nicht euch Bitcoin zu erklären, das tue ich ja sowieso ständig, sondern zu erklären, wie gut dieses Buch es schafft. Viele denken, wenn man von Bitcoin spricht, geht es erstmal um Technologie. Und tatsächlich ist es so, denn Bitcoin ist eine Technologie, aber um genau zu nehmen, eine Technologie, die schon sehr alt ist oder beziehungsweise besteht Bitcoin aus vielen Technologien, die schon sehr alt sind. Und ja, dann kam irgendwann Satoshi Nakamoto und hat gesagt, ich mache aus diesen ganzen Technologien, die es bereits gibt, eine neue. Ich bündel die und daraus mache ich eine neue Technologie und so ist Bitcoin entstanden. Und was dieses Buch am Ende tut, ist, es erklärt, wie eine Welt, eine Ökonomie funktionieren würde oder läuft, wenn es einen Bitcoin-Standard gäbe. Und zwar, wenn Bitcoin überall im Einsatz wäre. Und um das zu erklären, muss dieses Buch erstmal erklären, wo unsere aktuellen Probleme sind. Und ich würde sagen, mindestens 50% des Buches bezieht sich nämlich genau auf dieses Thema. Wo sind die Probleme des Fiat-Systems? Und ich finde, dieses Buch erklärt das unfassbar gut. Um das zu erklären, geht Seifer den Amus in die Vergangenheit und in die Historie der Menschen und zeigt, wie Völker und Nationen und Bevölkerung dieses Planeten immer wieder für sich neues Geld entdeckt haben, verschiedenste Arten und Formen von Geld und auch verschiedenste Güter zu Geld gemacht haben und warum diese zum einen gut funktioniert haben, zum anderen aber irgendwann gescheitert sind. Und ja, was sich herausstellt, ist so ein bisschen, was man sieht, na ja, da war zum Beispiel eine Bevölkerungsgruppe oder ein Volk, das hat für sich erkannt, hey, wenn wir an ein bestimmtes Gut kommen wollen, ist damit ein gewisser Arbeitsaufwand verbunden. Und dann nimmt er diese Steine von diesem Urvolk, die haben sehr große Arbeit gehabt, damit diese tonnenschwere Steine abzubauen mit quasi den rudimentären Werkzeugen, die sie hatten. Und diese Steine, die standen am Dorf und waren eine Art Beweis, hey, die stehen da und jeder weiß, das gehört dem Hans Müller. Und na ja, dann sind Externe gekommen, die damals in der Lage waren, mit Sprengstoff und anderen Möglichkeiten diese Größen an Steinen abzubauen und haben sie in das Dorf gestellt. Und ja, damit ist dieses Geld auf kurz über lang gescheitert. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieses Buch mehrere Beispiele bringt, die auch unterschiedlicher Natur sind, warum Geld gescheitert ist und warum es notwendig ist, dass ein Geld nicht durch eine einzelne Entität oder eine gewisse zentrale Instanz korrumpiert und verändert werden kann, gerade was die Geldmenge angeht. Und warum es notwendig ist, dass ein Geld nicht zensiert werden darf. Und er zeigt in diesem Buch zu über 50 Prozent eigentlich die Probleme unseres heutigen Geldsystems auf und zeigt auch sehr gut, wie vielleicht auch Probleme, die wir gar nicht auf das Geldsystem lokalisieren, trotzdem damit zusammenhängen. Zum Beispiel Probleme in der Politik und in vielen anderen Bereichen, in der Unternehmerwelt und überall. Und ja, am Ende sind diese ganzen Probleme zurückzuführen auf unser Fiat-System und auf das, wie wir heute Geld verstehen und was wir zu Geld gemacht haben. Und das ist schon der Part, wo ich sagen würde, das sollte wirklich jeder gelesen haben, um schon mal dieses Grundverständnis dafür zu haben, warum ist Bitcoin überhaupt da? Weil wenn wir nicht verstehen, wo die heutigen Probleme sind, dann verstehen wir auch nicht, warum Bitcoin dafür eine Lösung sein soll oder sein kann. Dann folgen 30 Prozent des Buches, wo Seifer-Denamus genau darauf eingeht. Wie löst Bitcoin diese Probleme? Warum ist Bitcoin die bessere Werteinheit, das bessere Geld, um diese Probleme zu lösen, um eine Welt zu definieren, die sich wieder dahin bringt, wo sie sein sollte. Und zwar nicht aufgebläht durch ein Fiat-System, nicht korrumpiert durch einzelne zentrale Machtentitäten. Und ich finde, auch das schafft dieses Buch perfekt. Ich finde dabei immer sehr interessant, wie Seifer-Denamus schon sehr präzise zeigt, naja, was würde passieren, wenn wir am Ende nur noch ein begrenztes Gut haben und das zu Geld wird. Was würde mit dem Fiat-System passieren, wenn dieses Geld auf einmal da ist? Und das sind ja auch die Dinge, die ich euch immer versuche darzustellen, dass in dieser Form es eigentlich relativ egal ist, ob Bitcoin als Geld identifiziert und beziffert und bezittelt wird von irgendwelchen Staaten oder Ländern. Es einfach aber auch schon reicht, dass Bitcoin da ist. Denn durch die Eigenschaften, die Bitcoin hat, ein nicht zensierbares System zu sein, was niemand korrumpieren kann, wo niemand die Geldmenge einfach ausweiten kann, wenn er das möchte, hat man schon eine Art Konkurrenzprodukt zu allem anderen auf dieser Welt, auch zu Dingen, die Gold nicht geschafft hat. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Er zeigt auch den Unterschied von Edelmetallen wie Gold zu Bitcoin und warum Bitcoin hier das bessere System ist. Lustigerweise an der Stelle, ich habe das Buch erst vor kurzem gelesen oder ich sage mal vor kurzem, mir per Hörbuch zu Ende angehört. Und die ganzen Dinge, die er da erzählt, sind Dinge, auf die man auch selber kommen kann, wenn man lange genug dabei ist. Und genau das macht dieses Buch so besonders, sich selber, naja, sich vielleicht diesen Weg ein bisschen zu erleichtern, schneller an diesen Punkt zu kommen. Am Ende ist alles, was er in diesem Buch sagt, rational begründet und sehr gut nachvollziehbar. Und ich finde die Art und Weise, wie er es geschrieben hat, sehr einfach, diese Dinge nachzuvollziehen, auch wenn ich nicht aus der Technik komme. Und damit kommen wir zum letzten Part des Buches, so die letzten 20 Prozent, die Technik von Bitcoin. Ganz am Ende geht er nämlich auf die Technik ein. Er erklärt das in eigenen Worten, wie Bitcoin funktioniert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist er manchmal nicht komplett präzise. Zum Beispiel sagt er so Dinge wie, die Miner lösen komplexe Rätsel. Und das hat sich wirklich in der ganzen Szene so ein bisschen rumgesprochen. Immer wenn jemand sagt, die Miner lösen komplexe Probleme oder komplexe Rätsel, dann hat diese Person wahrscheinlich den Bitcoin-Standard gelesen oder wurde von wem inspiriert, dass sozusagen der den Bitcoin-Standard gelesen hat. Tatsächlich ist der Prozess des Blöckefindens eigentlich ein ganz einfacher und gar kein komplexer Prozess. Und deswegen finde ich diese Analogie ein bisschen schwierig. Das sind aber Nuancen, die am Ende nichts für das Outcome haben oder nichts mit dem Outcome zu tun haben, dass das tatsächlich eine sehr gute Erklärung ist, auch wie Bitcoin technisch funktioniert. Er macht da verschiedene Bereiche auf, erklärt das erstmal grundlegend, erklärt dann aber auch, warum zum Beispiel Node-Zentralisierungen bei anderen Projekten zu Problemen führen, gerade wenn diese Projekte massiv mehr Transaktionen zulassen und so weiter und so fort. Also er macht eigentlich diesen gesamten Rundumschlag um Bitcoin und das ist eigentlich das, was dieses Buch macht. Und ja, viele würden sich wundern, warum fängt er mit der Ökonomie an und erklärt nicht erstmal technisch, wie Bitcoin funktioniert. Und genau das ist, was ich auch vielen versuche, immer wieder klar zu machen, dass Bitcoin total viel mit Ökonomie zu tun hat. Und wenn man diese ignoriert und nur die Technik betrachtet, unter Umständen falsche Annahmen treffen könnte, was das beste Projekt der Zukunft angeht und dann vielleicht auch tatsächlich ein anderes Projekt für sich identifizieren würde. Daher, glaube ich, macht er genau den richtigen Weg in diesem Buch zu sagen, hey, ich fange nicht mit der Technik an, ich fange mit den Problemen an, die wir haben. Ich erkläre, was die Lösungen für diese Probleme sind oder was eine Ideallösung wäre und dann erkläre ich, wie Bitcoin diese Ideallösung ist. Und das ist maßgeblich, was dieses Buch hier tut, der Bitcoin-Standard von Seifer-Dinamus. Ja, und damit kommen wir zur Kritik, die ich an diesem Buch habe. Neben den ganzen Dingen, die hier sehr gut erklärt sind und rational super gut nachvollziehbar sind, macht Seifer-Dinamus meiner Meinung nach ein paar gravierende Fehler. Und die sind wirklich schlimm, weil dadurch macht er das Buch angreifbar und sich angreifbar. Am Ende ändert diese, am Ende ändern diese Fehler nichts an den Inhalten des Buches oder an den guten Erklärungen, die er gibt. Aber ich glaube, dass es den ein oder anderen Leser abschreckt, wenn er diese Dinge liest. Und hier mal ein Beispiel. Das ganze Buch erklärt, wie ich vorhin beschrieben habe, in den ersten 50 Prozent die Probleme des derzeitigen Systems. Und die Probleme kommen maßgeblich von einer Ökonomielehre, die nicht der rationalen Realität entspricht. Das ist die keynesianische Ökonomielehre, die quasi sagt, hey, der Staat kann so viel Geld trinken, wie er will, der hat dadurch keine Nachteile. Also so ein bisschen das, was MMT, also das Modern Monetary Theory, eigentlich sagt. Also das, was viele heutzutage im Staat und in der Ökonomie fordern und prognostizieren, dass das das Beste ist, was wir machen können. Dabei ist es genau die Ökonomie, die viele in der Schule und im Studium lernen und später auch in ihrer Laufbahn, in ihrer Karriere anbringen oder anwenden. Ja, und bei dieser Ökonomie geht es, wie ich schon sagte, darum, immer mehr Geld zu erzeugen als zentrale Instanz und damit auch die Macht zu haben, Sparer zu enteignen. Wir verändern die Physik dieser Welt. Wir erschaffen Werte, obwohl sie noch gar nicht da sein sollten. Wir erschaffen Schulden aus der Zukunft, bauen darauf eine ganze Nation auf. Und das System wurde immer weiter abstrahiert, bis zu den Problemen, wo wir heute sind. Und genau an dieser Stelle habe ich manchmal den Eindruck, dass Seifer-Den-Amus sich fast persönlich angegriffen fühlt von Keynes, den es, by the way, gar nicht mehr gibt. Und dabei macht dann Seifer-Den-Amus ein paar Fehler, die ich, ja, schon kritisch betrachte. Denn er erklärt erstmal super gut, warum das alles zu Problemen führt. Und sehr gut, einfach nachvollziehbar. Und beachtet dabei auch sehr viele Nuancen und Variablen, die da mit reinspielen. Aber dann sagt er so Dinge wie, ja, und statt, dass man sich dem guten Geld widmet, ja, folgt man der Ökonomie eines Pädophilen. Und das sind Dinge, da habe ich, als ich das Hörbuch gehört habe, auf Pause gedrückt, bin hingegangen und habe Keynes Geschichte gegoogelt und versucht herauszufinden, ob das überhaupt stimmt. Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass er scheinbar homosexuell war und scheinbar auch auf jüngere Jungen gestanden hat. Und dann habe ich aber auch weitere Dinge dazu gefunden. Zum Beispiel, dass das damals gesellschaftlich nicht ganz so verpönt war wie heute. Verpönt war er, seine Homosexualität, aber gar nicht das Alter seiner Geschlechtspartner. Und da muss ich halt sagen, ich finde, es war so ein bisschen fehl am Platz an der Stelle, auf diese persönliche Ebene runterzugehen, jemanden anzugreifen, auf persönlicher Ebene, während man vorher eigentlich rational und mit Fakten seine gesamte Ökonomielehre widerlegt hat. Das hat für mich in diesem Moment einen ganz negativen Eindruck gemacht. Und ich wollte das eigentlich gar nicht in diesem Buch haben. Für mich ist das ein Sachbuch und das soll mir erklären, warum diese Ökonomie ein Problem ist und nicht, was Keynes für ein Typ war, weil das eigentlich nichts zur Sache tut. Er hat ihn sowieso schon komplett auseinandergenommen und alles widerlegt, was Keynes, was die Keynes-Ökonomie so anstrebt und sagt. Und dann an dieser Stelle verstehe ich diesen persönlichen Angriff einfach nicht. Und das wirkt wie so ein wütender Junge, der sagt, ja, der Typ war aber auch so scheiße. Und das war meiner Meinung nach zu drüber und in meinen Augen nicht schlau gewählt, weil dadurch, glaube ich, dass Zeitverdiener Moos sich ein bisschen angreifbar macht und das Buch angreifbar macht. Und derartige Situationen findet man leider an mehreren Stellen in dem Buch. Mir selber sind so vier, fünf aufgefallen. Und das sind so ein bisschen diese Dinge, worauf ich hinaus möchte, wo er ein bisschen, ja, wo er ein bisschen von der eigentlich guten Thematik abweicht und eine persönliche Note mit reingibt, die in diesem Buch meiner Meinung nach nichts verloren hat. Und das ist genau das, was nämlich am Ende für viele, die das Buch dann lesen und vielleicht noch nicht ganz verstehen, warum sind die Dinge, die er rational dort erklärt, sehr gut, eine Nuance, die dazu führt, dass diese Leute denken, hm, stimmen die anderen Sachen überhaupt, wenn der so emotional bei diesem Buch dabei ist? Und ja, ich finde schon, dass diese Sachen stimmen. Am Ende kann man ja auch gerne versuchen, diese Sachen zu widerlegen und dann kommen wir zu diesen ganzen Diskussionen, die wir, ja, als Bitcoiner immer wieder mit den Leuten, mit den Bitcoin-Gegnern führen, Inflation, Deflation, ist es gut, ist es schlecht? Und ich glaube schon, dass am Ende das, was er da beschreibt, absolut richtig und korrekt ist. Ich glaube aber, dass viele Leute, die das lesen, an dieser Stelle erstmal abgeschreckt sind und sagen, oh Mann, der wird ja ganz schön emotional in diesem Buch, in diesem Sachbuch, wo es eigentlich um komplett rational runtergebrochene Thematiken geht und diese Systeme gegenübergestellt werden. Und das ist einfach etwas, das zieht sich so ein bisschen durch das Buch und ich hätte mir gewünscht, er hätte das nicht gemacht, weil ich glaube, es wäre das bessere Buch geworden. Und damit kommen wir auch nochmal zu einer weiter geführten Kritik und das ist die Person Seife, die in Amus an sich, der durchaus kritisch zu betrachten ist. Denn so, wie er diese emotionale Seite in diesem Buch zwischendurch zeigt, zeigt er sie auch auf der Plattform Twitter beispielsweise und streitet sich häufig mit Leuten in diesem, ja, ganzen Ökosystemen in der Bitcoin-Welt, aber auch mit den Kritikern und schlägt auch dort meiner Meinung nach manchmal über die Stränge. Nicht zuletzt oder unter anderem mit einer Person, die sogar das Vorwort für dieses Buch geschrieben hat, der Bitcoin-Standard, das Buch, was er geschrieben hat. Es geht um Nassim Taleb, der hat das Vorwort für die erste Auflage geschrieben und Nassim Taleb ist in dieser ganzen Corona-Phase zu, ja, fast einem Bitcoin-Gegner mutiert. Und wer das Vorwort von Nassim Taleb gelesen hat, wundert sich, wie das möglich ist. Aber man hatte den Eindruck, dass, ja, er Angst hat, dass in einer Welt, wo der Bitcoin-Standard funktioniert und wo der Bitcoin-Standard da ist, es erhebliche Probleme in sowas wie einer Corona-Pandemie geben könnte, weil es keine staatliche Instanz gibt, die dort für Regeln sorgt, die so eine Pandemie aufhalten könnte oder im Rahmen halten könnte. Tatsächlich ist es so, dass wenn man das Buch aber gelesen und verstanden hat, auch versteht, warum wahrscheinlich so eine Pandemiewelle uns gar nicht so hart treffen würde in einer Welt, die nicht auf einem Fiat-System aufbaut. Das ist aber ein anderes Thema und am Ende muss man auch sagen, hat Nassim Taleb sich auf Twitter super peinlich aufgestellt und sich ebenfalls sehr, sehr peinlich geäußert und das Ganze führte zu einer richtigen Schlammschlacht, wo wirklich auf beiden Seiten, naja, mit wirklich unfairen Mitteln gespielt wurde, sich beleidigt wurde und das irgendwie unschön für alle war. Ja, die Folge ist, dass in der aktuellen Auflage von diesem Buch nicht mehr Nassim Taleb das Vorwort geschrieben hat, sondern Michael Saylor, der Geschäftsführer von MicroStrategy und genau, wenn ihr also dieses Buch kauft, dann wird das Vorwort von Michael Saylor sein. Wenn ihr das Vörbuch hört, was nämlich vor einiger Zeit eingesprochen wurde, dann, ja, ist da noch das Vorwort von Nassim Taleb drin, was aber durchaus ein gutes Vorwort ist. Also versteht mich an der Stelle nicht falsch. Ja, und damit eigentlich sind wir durch mit der Kritik und mein Fazit ist, dieses Buch ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ihr solltet das unbedingt lesen. Ihr solltet aber beim Lesen versuchen, diese persönlichen Nuancen, die Saifedina Mus in dieses Buch gegeben hat, herauszufiltern. Saifedina Mus ist ein durchaus sehr intelligenter Mensch und hat auch das Talent, diese Dinge sehr gut zu identifizieren. Ich glaube aber, er hat auch einen kleinen Nachteil und das ist seine Emotionalität. Er schafft es nicht, diese Dinge, ich sag mal, ohne eine persönliche Note zu erklären. Er könnte das, ihm liegen eigentlich alle Informationen vor, das zeigt auch dieses Buch. Wenn man es gelesen hat, dann wird einem bewusst, die Brücke, die er da schlägt, den Ring, den er bildet, der ist schlüssig, komplett schlüssig. Aber er macht so Ausreißer, um das zu erklären und ich glaube manchmal, dass er beim Schreiben eine richtige Wut bekommen hat und das merkt man zwischendurch und das muss man ausblenden. Das muss man ausblenden, tatsächlich. Aber ansonsten, finde ich, ist dieses Buch, gerade was Ökonomie, was Geld angeht, was unsere Geldgeschichte angeht, was die Geschichte unserer, ja, Machthaber der heutigen Zeit angeht, ein unfassbar gutes Buch und zwar das Beste, was es in Bezug auf Bitcoin gibt. Es gibt natürlich viele, die Bücher zur Austrian Economics geschrieben haben oder diese Theorien überhaupt erst verfasst haben, wie Rothbard und viele andere und Hayek und so. Aber ein Buch, was diese Austrian Economics auf den Bitcoin anwendet und nicht auf Gold, ist quasi nicht vorhanden und damit hat Seifer Dinamoos, ja, meiner Meinung nach, das beste Buch definiert. Und damit halt auch diese weitreichende Erklärung, warum Bitcoin zu einem globalen Bitcoin-Standard werden kann und wird und eben nicht nur erklärt, hey, das ist Bitcoin und so funktioniert das. Ich würde das Buch wirklich jedem empfehlen, aber ihr müsst, wie gesagt, diese persönlichen Noten, die Seifer Dinamoos da reinbringt, ausblenden und dann werdet ihr ein wirklich gutes Buch vorfinden mit sehr guten Erklärungen, was euch sehr tief in das Rabbit Hole schmeißt und euch schnell verstehen lässt, worum es sich bei Bitcoin handelt und warum Bitcoin, ja, diesen ganzen Planeten auf links dreht und eigentlich alles anders werden wird, als wie wir es heute verstehen. So ein bisschen wie das Internet unser aller Leben maßgeblich verändert hat und zwar komplett umgedreht hat und ich glaube, dass Bitcoin, ja, mindestens genauso viel Veränderung für diese Welt bedeuten kann und wenn man das Buch gelesen hat, ist man davon, glaube ich, auch überzeugt. Ja, und damit kommen wir zum Ende. Wenn ihr euch für das Buch interessiert, dann schaut mal vorbei, also bei Aprico Media, der Verlag, der das Buch ins Deutsch übersetzt hat, da könnt ihr die deutsche Version kaufen. Ansonsten könnt ihr euch auch das Hörbuch anhören, was ebenfalls von Aprico Media herausgegeben wurde. Das findet ihr auf Amazon. Den Link zu beiden Versionen, also in Buchform und als Hörbuch, findet ihr in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr übrigens unsere Arbeit und ja, wenn euch das Video, der Inhalt gefallen hat, dieses Videos, dann lasst doch ein Like da oder abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und drückt die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Das war's mit diesem Video und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute und tschüss zusammen.